hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von der ersten folge von break in hier wieder mit dem max hello wir sind gp gaming 2020 und nach dem intro seht ihr gleich was heute abgeht ab geht da würde ich sagen los geht's was wir machen ich hab jetzt hat man runter und dann zum bären was machst du mit dem hier ist also hier ist die kinder und stil ist es select also goal ist stil elf items single stored bungalow accessibel aber mal ready hier ready wo man auf dieses das weiter durch die bmx fahrradformer mehr geld haben wir eigentlich da kriegen wir nicht so viel rein wir können nicht so viel klauen leider to get away ok hier ist vor allem was ich habe jetzt aber keine taschenlampe ich auch nicht mal kann auch nicht aber nicht bist du jetzt hier was aufmachen stehe ich da nicht ganz hier ist zugesperrt hier ist das fenster offen oder das sind aber leute drin gell ja in dem raum wo wir rein müssen wo es fenster offen ist alle arm anlage wie hast du die angemacht weiß ich nicht ich hab gar noch mal das zumindest wie kann man da sachen da eigentlich ins flamingo hier mitnehmen wir sind wieder selbst glaube ich ich habe ein auto achte die taschenlampe ist im radelkorb da ist ein typ im karten ist die tat ding und wenn du da in den korb was reinlegt ist es geklaut also du musst wirklich reinlegen und deine taschenlampe liegt hier vom boden lieber der siehst du es kommen jetzt hinten rein ist das fenster aber der flamingo geht da irgendwie nicht er ist immer noch im garten hinten draußen das problem ist wie kann ich denn die tasche nach 8 auf 1 weg stecken okay er hat uns gesehen safe unten links muss man mal gucken kann man sich knien ja da ja da müssten wir jetzt rein können aber wir kommen wir dann nicht vorbei oder bist du drin drin wie bist du reingekommen ich habe mich geschlichen am boden habe ich kurz gesehen aber wenn du gleich rein hüpfst dann geht's also fenster aufmachen hier vorne aber ich versuche die haustür aufzumachen er ist trotzdem lockt ja hallo ich versuche was das fenster zu schmeißen pass auf ich schmeiße jetzt was das fenster ich bin an ihm vorbei ich bin auch drin aber ich habe ein pc bildschirm schon mal wo ist der grad draußen hinten immer noch im fernseher aber ich glaube den kann ich nicht mitnehmen kann es sein wenn er in den korb passt aber nimm doch den laptop den pc mit wo ist der pc ich habe den bildschirm vom pc kann die tastatur mitnehmen ja er hat reingepasst ich gesehen alarmanlage hier ist wieder weniger geworden jetzt ist mehr geworden ja kann ja mal wieder reingehen daran sehen wir das ist dass wir dass es gestohlen ist und links wird immer mehr dann dieser das ist ja immer noch draußen der affe warum hältst du dich an der wand fest ich bin hoch geklettert kommt man aufs dach er ist nicht mehr draußen doch er ist noch draußen aber wenn du bei mir rumkommst kommst du locker ich hänge im blumenbeet ich komme nicht mehr weg cool nee ich hänge im blumenbeet ich bin verbuggt scheiße warte ich komme ach sein handy liegt da auch noch kann ja nichts mehr machen also ich habe den pc ich gehe noch schnell ins körbchen irgendwie geht das schon bestimmt bewegt mich hier die ganze zeit aber ich komme nicht weg kannst du kutaten nicht oder nee ich bin aber auch nicht ich halte mich auch gerade nirgends fest das ist das ich kann doch nicht springen nicht in der haupt aufnahmen überhaupt was ja du bist in den irgendwie hast du das geschafft ich weiß nicht wollte ich hoch und dann aufs dach ach komm immer diese buggy spiele kannst du mich mit dem auto abwerfen ach schau aber siehst du die zeit läuft jetzt runter ich habe gedrückt dass wir fahren wollen es ist zu schwer das auto dann hole ich noch ein paar sachen für uns und in 50 sekunden fahren wir einfach dann ja ich helfen immer noch hinten draußen gut dass ich aufnehmen und nicht du ja tatsächlich so realitätsnah ja ich bin schon lustig der eigenes reich die mechanik das ist ja der max ist immer negativ die mechanik dass du dich irgendwie einstecken kannst das zeug ist irgendwie ein bisschen schwierig also fahrradkorb passt ja nix ein deswegen manchmal irgendwann ein auto freien so laptop du kannst in meinen korb auch noch was legen ja mach ich ja schon da hast aber nur noch acht sekunden ja ist noch drin ja aber irgendwie kann man das zeug jetzt alles verkauft automatisch geil okay was will ich jetzt ein hammer haben um es einzuschlagen rocket booster geil also ich kaufe jetzt ein hammer um die scheibe 1 oder warte mal gibt es da noch irgendwas portable erb ist in der swag bag ich weiß nicht aber sogar alle sachen liegen hier rum die kann man ausprobieren hier ist zum beispiel dieser oh gott ja ja das weiß ich aber nicht was das bringen soll ne alt aber warte mal ah die ist cool die kaufe ich mir was ist das hat vielleicht leid aber was hast du da am beutel was ist das für ein beutel das weiß ich nicht den den habe ich aufgesammelt ach nee das weiß ich aber noch nicht was man damit machen kann das auto kostet 8000 euro das dauert noch ein bisschen aber gut wir hätten eigentlich ja pro mission verdient man eigentlich 2000 die swag bag da kannst du sachen reinpacken geil aber halt nur kleine aber das macht ja nix okay habe ich auch wir können so viele sachen mitnehmen wir platz haben im auto glaube ich immer also wenn wir mal mehr platz haben ein größeres auto dann ja gehen wir nochmal los oder ja gehen wir zu einer anderen stadt wobei wir müssen ja wahrscheinlich noch break wirf eine der müssen sagen kaputt machen ist doof ich würde gerne schon mal die andere mission machen machen wir jetzt sie nochmal bloß in gescheit und hier müssen wir einfach nur elf sachen weil wenn wir alle elf sachen schaffen kriegen wir 3600 ok warte mal hier ist der profit viel höher egal egal wir machen die der verdient noch mal andere machen wir dann in deiner folge oh käse wir müssen wenigstens die ladezeiten schnell wo ist jetzt aber was anderes ja wir müssen trotzdem stil small safe haben wir sind safe clown wo das gleich einer drin ich wollte meine axt kaufen die fenster aufzuhauen da ist die tür offen hinten ja aber da kommt er vielleicht auch ich bin drin du verrückte garagentor aufgemacht nice er kommt oh oh was ist das für ein geräusch das garagentor er ist direkt vor deiner tür er hat uns gesehen bei mir ist aber ach so alarm oh er läuft wo läuft er hin zu unseren sachen ich hab den safe gefunden und da sitzt aber jemand drin er rennt weg ich hab meine tasche voll gemacht mit kühlschrank äh mit mikrowelle das ist ein scheiß ich hab hier ganz viele werkzeuge also ich weiß wo das safe ist gell ok boah man ist ja voll langsam wenn man das irgendwann wenn das alles voll ist ah und du kannst es auch nur raustragen und musst es dann draußen trotzdem einzeln in den korb reinlegen echt jetzt ja ich glaub schon ja ich glaub schon oh 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 ich hab jetzt das erfahren ich auch aber ich bin voll langsam ich glaub da ich glaub meine tasche wurde nicht mitgenommen ja meine auch nicht scheiße gleich nochmal ok ah jetzt steht wieder springhaus alles wechselt sich wirklich das ist aber cool dass es dann mehrere missionen gibt also mit dem safe clown das war jetzt doof ich hab ihn ja gesehen aber da sah auch jemand drin und ja das ist aber auch wieder ein anderes Haus ja war cool jetzt mal gucken wo offen ist jetzt mal gucken wo offen ist jetzt mal gucken wo offen ist also wenn ein Auto hätten würde ich sofort den Grill hier mitnehmen ja kann man denn klettern gleich nochmal climb ach ich kann mich nur in dem Fenster festhalten ok dann muss ich gucken ob ich hier climb drücken kann naja ist jetzt nicht geschafft ne ist auch alles zu im ersten Stock ok also baue ich gar nicht hoch ne also bei dem Rasenmäher ist ein Fenster offen hier ist ein Fenster aber mir hier auch ja oh scheiße das hab ich die Schuhe gesehen ich bin im Bad ich bin auch in dem Raum am besten wir machen das Garagentor auf weil da kommen wir nämlich oh der ist am Fenster der Typ da kommt er wahrscheinlich aber wir kommen immer wieder raus und rein durch die Garage kannst du auch das Licht ausmachen in den Räumen gell ja und irgendwo liegen auch Schlüssel rum und da kannst du ach hier ist ein Fenster auf dem Bad ja ja wenn du den Schlüssel findest kannst du irgendwas aufmachen der ist in dem zweiten Raum zweite Tür links ist der drin ich hoffe jetzt nicht mehr durch das Garagentor ne er sitzt da und ganz gechillt der Fernse der Fernse ist wahrscheinlich zu groß oder ja hab ich gesehen ich geh in den ersten Stock hoch geh nochmal raus wir müssen nur neun Sachen stehlen um maximales Geld zu ja ich geh mal zurück hier ist ein Gaming Setup ich versuch mal alles einzutüten was ich jetzt im Job hab im oh hier ist Checkpoint in dem Zimmer glaub ich ich weiß nicht ob du kannst ja Throw drücken mit Alt ob dann nicht vielleicht ähm der ganze Sack reingeht ja ich mach das grad einzeln ah die Wohnungstür war ja offen ist einfach rausgegangen die ist offen er ist wahrscheinlich er ist er draußen wahrscheinlich also ich hab jetzt mein ganzen Ding eigentlich schon voll zwar mit recht unbedeutendem Scheiß aber aber hier sind ganz viele PCs also die kann man alle mitnehmen ist er draußen kannst du mal gucken kann ich rausgehen oder ich hab ihn nicht gesehen aber ich bin jetzt grad in der Garage und pack die ganzen Gewichte ein ja nimm doch lieber teuren Kack mit so bestimmt auch teuer ich hab jetzt ein PC dabei wo steht unser da hinten hast du den ganzen Sack jetzt reingebracht? oder geht das nicht? hast du den ganzen Sack jetzt reingebracht? ne hey also wir haben schon neun Sachen ja aber jetzt hab ich den Sack reingeschmissen einfach echt? ja kannst du aber dir noch was raus tun dass du weniger als neun haben oder ob es dann bleibt einfach oh ich will das aber nicht wieder rausnehmen nur ein Gewicht oder so ja ne es bleibt also ich glaub das ist jetzt passt mit dem ganzen naja gut aber ich glaub ich hatte vorher schon neun Sachen drin aber ist egal jetzt fahr mal einfach mal und schauen wir du musst auch drücken dann gehts schneller ja ich wollt bloß das hier noch wieder reinlegen was hast du alles für ein Scheiß mitgenommen? alles bringt alles n Money ja ich weiß nicht ob wir wenn wir mehr als neun plus auch mehr Geld gibt aber wär cool wenns also wär realistisch so wieviel haben wir bekommen? naja hier sieht man aber auch wieviel hier bei dem bei der Dings wieviel was gebracht hat aber jetzt die Frage ist ja aber eine so ne große Hantel 30 Dollar ne also mein Sack reinlegen hat funktioniert weil da steht auch das desktop Mikrofon für 50 Premium Headphones das ist natürlich wichtig zu wissen Gaming Maus ich hatte auch ein einmal irgendeine Joystick oder sowas egal jetzt hab ich 2000 aber es reicht immer noch nicht für ein Auto oder? aber da kann man sich ja noch so nen Sack kaufen theoretisch und da kann man einfach zwei Säcke reinlegen statt der Taschenappel die benutzt du mir eh nicht ja genau ich hab sowieso diese Head Taschenlampe gekauft pack jetzt einfach nochmal so nen Sack rein ach so aber dann ja gut dann muss ich die Head Taschenlampe auch weg weil das ja wo war der Sack? kann man den zweimal kaufen ah ja da so jetzt hab ich zwei Säcke und dann räumen wir ja ich hab zwei Säcke ich hab zwei hohe Säcke und in der nächsten Folge bei dir sehen wir dann wie wir es umsetzen ja machen wir so steal the market item ne ich will das da elf Sachen stehlen wie vorhin ok gut dann ich muss ja ab mitmachen wenn es euch gefallen hat dann lasst gern ein Abo da lasst ein Like da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei diesem wunderbaren Spiel bis dann ciao tschau 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 tschau